Ich heiße Asadullah Adib. Ich komme aus Afghanistan. Ich habe Geowissenschaften als Bachelor an der Universität Kabul in Afghanistan abgeschlossen und nach dem Bachelor habe ich ein Jahr als Vermessungingenieur in einem Straßenbau gearbeitet. Seit 2015 bin ich als Flüchtling in der Schweiz gekommen und jetzt bin ich bis jetzt beim Bundesamt für SwissTubo. Wenn ich am Anfang in der Schweiz gekommen bin, wusste ich nicht, wie man das anerkennen kann. Und nach den drei Jahren oder nach den zwei und ein halb Jahren habe ich das gefunden, wie kann ich mein Diplom anerkennen und habe beim SwissUniversität gemeldet und das dauert lange Zeit, zum Beispiel wie ein drei oder vier Monate, bis ein Diplom anerkennen wird. Das Wichtigste in der Information, wie kann man eine Weiterbildung machen oder wie kann man eine Ausbildung machen und wo kann man beim Anerkennen für sein Diplom anmelden und beim Sprache und wie kann man eine Sprache verbessern. Wenn Sie wissen, wie und wo sein Diplom anerkennen, dann verlieren Sie nicht Zeit wie ich. Ich habe drei Jahre Zeit verloren, bis mein Diplom anerkennen. Wenn Sie schnell sein Diplom anerkennen können Sie schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir fordern, dass die Vorbildung von Geflüchteten anerkannt wird. Abonniert hat er nicht mehr als construierte. Veranstaltungen zu einem neuen Erwerblichen Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020